Leon hatte damals einen Herzstillstand und war für einen Moment lang klinisch tot. Steh auf. Lass ihn los, steh auf. Solche Nahtoderfahrung treten wesentlich häufiger auf, als man allgemein denkt und sie bleiben auch jahrelang präsent. Ich will ihn nur noch einmal sehen. Einmal. Leon, beruh dich! Du musst jetzt Geduld mit ihr haben. Was soll das jetzt? Wie lange soll ich jetzt...